Moin Moin, schöne Grüße aus der Computerstube an der Schwentine. Ich möchte wieder ein wenig mit euch Computer spielen. Wir spielen Seven Days of Die. Wir sind am Tag 5. Einmal bin ich bis jetzt gestorben. Einmal bin ich bis jetzt. Das war's für heute. Das ist genau die, die ich nicht weghaben wollte. Das war's für heute. 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 Oh, shit. Oh, shit. Das war's für heute. 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 Ich sollte noch was trinken. 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 Aber dazu bräuchte. Ich sollte noch was trinken. 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 Ich sollte noch ein Schnellbeweg nachlesen. Ein Weihnachtsmotor. Ein Weihnachtsmotor. Ein Weihnachtsmotor. Ah, ja. hier sind noch Popkartons hier ist einer hier hier Das war's für heute. 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 So. Ja, diesen Umstand habe ich schon gehört. bei 7 days. dass man die Pflanzen jetzt... Ja, äh, selber 괜찮ten was. So, verkohltes Fleisch behalten wir mal. Eier gehen hier rein. Dosen gehen hier rein. Kunststoff geht hier weg. Behalten wir. Behalten wir. Behalten wir. Können wir aber halten. Behalten wir. So, Kunststoff. Kleiner Tank. Das behalte ich nochmal. Glas ist da. Detail ist da. Das ist da. Öl ist da. Lampen sind da. Knochen sind da. Das ist da. Lappen sind auch hier. Schmiedet ist Eisen. Mechanischen Teile. Klar. Hammer. Messen haben wir hier. Fehlern da. Geh, Barden. Verkauf. Verkauf. Drei. So, dann holen wir die Vera. Das ist was anderes. Das ist gut zu wissen. Hm. Ein bisschen zu essen sorgen. Ein bisschen zu essen. 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 So. Hier ist das Bücherige. Hier ist das Bücherige, was ich gemacht habe. Leider her. Hier ist der Rucksack hinter. Hier ist der Rucksack hinter. Hier ist der Rucksack. Ja. Hier ist der Rucksack. 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 Ah! Ja, das sieht doch wieder gut aus. 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 Ja. 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 Okay. 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 Ich frage mich auch immer, wie sie das Papier in der Toilette lagern. Na ja. So, den habe ich durch. Die Briefkasten kann ich jetzt mal gut verstehen. Gut. Das war's. Soll ich jetzt nicht warten oder schon rumlassen? Soll ich jetzt nicht warten oder schon rumlassen? Kannst du auch nicht warten, ich war mir okay. Kein Problem. Ich bin im Esszimmer. Ja. Und die Funde dann da draußen schnarchen. Wir haben den Tag eigentlich auch fast geschafft. Die Musik fängt immer an. Wir spielen auch schon wieder über eine Stunde. Und so würde ich sagen, das war's für heute. Ich fang von hier aus an. Dann ist Tag 7, dann kommt Horde. Ah ne, Tag 6 haben wir auch jetzt. Dann habe ich ja noch eine Tagszeit, bis heute anfängt. Äh, wie gesagt. Äh. Ich weiß nicht, ob man was vergiert wird. Das ist... Ne, ich hab genug. Reparatur ist jetzt... Wie gesagt. Ich würde jetzt sagen, das war's für heute. Lass gerne ein Abo da, wenn irgendwie es mir gefallen hat. Wenn irgendwie es mir gefallen hat. Oder schaut auch mal auf Computertür mit Info vorbei. Meine ältere Platte. Nicht nur um 7 Days. Um andere Computerthemen. Und ich hoffe, dass wir zumindest mal nicht essen können. Ich finde die da runterläuft. Gut. Ich werde hier noch kurz... Aufhören. Weil... Weil... Ich nicht mehr genug Ausdauer habe. Oder? Die 200 mache ich noch. Und dann ist Schluss für heute. 21, 50... 19... 19... Ist doch ein schöner Raum geworden. Ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Komm. Tschüss. Komm. Vielen Dank.